Heute finden wir heraus, ob es Apple mit dem iPhone 13 mini gelungen ist, die Schwächen des Vorgängers zu beseitigen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du mal wieder am Start bist und ich hoffe natürlich, dir geht es mindestens genauso prächtig wie immer. Und darüber hinaus hoffe ich, dass du ordentlich Lust mitgebracht hast auf ein weiteres Langzeit-Review hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns einige Monate nach, released das iPhone 13 mini, meinen aktuellen Driver an und eventuell sogar das letzte Mini-Modell, das Apple jemals auf den Markt bringen wird. So könnt ihr ganz einfach von meinen Erfahrungen profitieren und eine potenzielle Kaufentscheidung leichter fällen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht länger um den heißen Brei. Wir finden jetzt gemeinsam heraus, ob es Apple gelungen ist, das iPhone 12 mini besser zu machen bzw. die Problembereiche, die das iPhone 12 mini mit sich gebracht hat, auszubügeln. Wenn euch das wieder am Ende gefallen oder sogar geholfen hat, dann würde es mich mega freuen und natürlich auch unterstützen, wenn ihr den ganzen Käse noch einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder sogar ein Abo gebt. Mit dem iPhone 13 mini bringt Apple auch im Jahr 2021 erneut ein kompaktes Flaggschiff-Modell auf den Markt. Während die Abmessungen im Vergleich zum Vorgängermodell, dem iPhone 12 mini, weitestgehend unverändert geblieben sind, war vor allem der genaue Blick auf die damaligen Problembereiche spannend. Hat sich die Akkulaufzeit verbessert? Ist die Notch geschrumpft? Sind die Displayränder kleiner geworden und bekommen wir nun endlich ein 90- oder sogar 120-Hertz-Display? Optisch hat sich, wie bereits gesagt, nicht allzu viel getan. Die Kameras sind nur diagonal angeordnet und das 13 mini bringt, dadurch, dass es minimal dicker geworden ist, etwas mehr auf die Waage. Wir sprechen hier allerdings von nur 6 Gramm, sodass der Unterschied kaum spürbar ist. Einen netten und wichtigen Nebeneffekt hat das Ganze aber. Dadurch, dass das iPhone 13 mini etwas höher ist, hat Apple genug Platz für einen größeren Akku. Auch wenn der Unterschied auf dem Datenblatt zunächst eher marginal erscheint, ist die Akkulaufzeit um einiges besser geworden. Hierbei spielt natürlich auch der neue A15-Prozessor eine entscheidende Rolle. Natürlich ist die Akkulaufzeit nach wie vor nicht perfekt, aber ich hatte im gesamten Testzeitraum keine Probleme, mit dem Gerät durch den Tag zu kommen. Ich denke, grundsätzlich sind Heavy-User einfach nicht die Zielgruppe, die mit der Mini-Reihe angesprochen werden sollte. Wer den halben Tag am Smartphone hängt, legt natürlich Wert auf ein großes Display und auch die Augen werden sich auf Dauer dafür bedanken. Als normaler Nutzer mit einer maximalen Screentime von ca. 4-5 Stunden am Tag fährt man mit dem iPhone 13 mini allerdings sehr gut. Was die Kamera angeht, hat das iPhone 13 mini tatsächlich dieselbe Kamera wie der große Bruder, also das iPhone 13. Und darüber hinaus haben beide Smartphones, also das iPhone 13 und das iPhone 12 mini, die Hauptkamera des Topmodells aus dem Vorjahr, also die des iPhone 12 Pro Max, geerbt. Man sieht, es ist Kameraleistung im Handy. Wir haben wie auch schon das Vorgängermodell zwei Kameralinsen, die diesmal allerdings nicht untereinander, sondern quasi diagonal angeordnet sind. Beide Linsen haben 12 Megapixel, eine ist eine Weitwinkellinse und die andere eine Ultraweitwinkellinse. So ziemlich alle Kamerafunktionen, die man sich vorstellen kann, wurden im Vergleich zum Vorgänger nochmal ordentlich verbessert. Das heißt, der Porträtmodus wurde um einiges besser, der Nachtmodus wurde nochmal um einiges verbessert und auch der Videomodus wurde verbessert und erweitert. Was wesentlich stärker auffällt, als ich anfangs erwartet habe, ist der Effekt der Sensorschiff-Technologie, also die Technologie, die dafür sorgt, dass die Bilder, wenn man Videos dreht, wesentlich weniger verwackelt sind. Wie gerade schon erwähnt, wurde der Videomodus nicht nur verbessert, sondern auch erweitert. Erweitert im Sinne von einem neuen Modus. Der Kinomodus kam neu dazu. Grob zusammengefasst ist der Kinomodus sowas wie ein erweiterter Porträtmodus im Videobereich. Das heißt, wir sind in der Lage, Unschärfe zu erzeugen und diese Unschärfe, nachdem wir das Video abgedreht haben, auch noch zu bearbeiten. Das heißt, die Intensität einzustellen und den Unschärfebereich auch quasi auszutauschen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, jetzt in diesem Beispiel bin ich im Fokus, der Hintergrund ist unscharf und der Kinomodus würde es uns jetzt erlauben, quasi die Unschärfe von mir auf den Hintergrundbereich quasi zu lenken. Man kann also zusammengefasst sagen, dass die Kameras des iPhone 13 Mini sowohl im Fotografiebereich als auch im Videobereich wirklich ganz oben mitspielen. Auch die Displaygröße wurde nicht angepasst und somit gab es auch, was die Displayränder angeht, keine Optimierung. Wobei das nur die halbe Weit ist. Eine gravierende Änderung gab es in Bezug auf das Display doch. Die Notch wurde endlich verkleinert und passt nun wesentlich besser zu dem 5,4 Zoll Bildschirm. Darüber hinaus erreicht das kleine Display nun eine maximale Helligkeit von 800 Nits, also fast 200 Nits mehr als der Vorgänger. Eine kurze Randnotiz zum Thema Display hätte ich noch. Auch wenn das iPhone 13 Mini mittlerweile das so ziemlich kompakteste Smartphone auf dem Markt ist, sind die 5,4 Zoll gar nicht so wenig, wie man vielleicht denkt. Zum Vergleich, die Plus-Modelle aus der Vergangenheit, also beispielsweise das iPhone 7 oder 8 Plus, hatten mit 5,5 Zoll ein vergleichbar großes Display. Zum damaligen Zeitpunkt nannte man solche Smartphones by the way Tablet. Kompakt ist das 13 Mini also nur im direkten Vergleich zum heutigen Standard. Was die Ausstattung angeht, profitiert das 13 Mini vor allem vom neuen A15 Prozessor. Der Arbeitsspeicher ist leider gleich geblieben. Es gibt nur sehr wenige Dinge, die das iPhone 13 Mini in die Knie zwingen. Selbst 4K-Videos bearbeiten klappt, ohne dass das Gerät explodiert. Um das Ganze ins Verhältnis zu bekommen, wenn man sich das aktuelle Antutu Benchmark-Ranking anschaut, stellt man fest, dass der kleine Zwerg besser als beispielsweise das Samsung Galaxy Fold 3 oder sogar das Pixel 6 Pro abschneidet. Außerdem wurde die 64 GB Speichervariante komplett gestrichen, was in meinen Augen längst überfällig war. So wird das Mini in der kleinsten Variante mit 128 und in der größten Modifikation mit 512 GB Speicher bestückt. Wie sieht jetzt also mein finales Fazit zum iPhone 13 Mini aus? Wird es mein Daily Driver bleiben und bin ich zufrieden mit dem, was Apple da fabriziert hat? Wir fassen dazu nochmal ganz kurz zusammen, was passiert ist bzw. was Apple getan hat, um das Ganze zu optimieren. Zum einen ist das die Notch. Das war für mich persönlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, konkret beim iPhone 12 Mini bzw. beim iPhone 13 Mini, denn die Notch war auf allen Geräten gleich groß. Das heißt, wir hatten auf dem iPhone 12 Mini dieselbe Notch wie auf dem iPhone 12 Pro Max. Das heißt, das ganz große Gerät hatte dieselbe Notchgröße wie das ganz kleine Gerät. Das hat für meinen Geschmack einfach nicht so wirklich gepasst. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass Apple zumindest die Notch geringfügig angepasst hat. Für meinen Geschmack hätte das Ganze aber noch ein bisschen mehr komprimiert werden können, aber ich vermute mal, das war dann mit den Sensoren nicht mehr so wirklich möglich. Dennoch ein wichtiger und richtiger Schritt. Dann wurde das Gerät etwas dicker, um einen größeren Akku zu verbauen. Das war auch ein extrem wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, denn dadurch haben wir eine wesentlich bessere Akkulaufzeit. Und ich sage bewusst wesentlich, denn die Akkulaufzeit ist wesentlich besser mit bis zu anderthalb Stunden mehr am Tag. Damit kommt eigentlich jeder normale User über den Tag. Es sei denn, man ist jetzt wirklich so ein Heavy-User und hängt nur am Smartphone. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ist das iPhone 13 Mini einfach nicht für Heavy-User gedacht in meinen Augen, sondern eher für normale Nutzer. Gerade in Kombination mit dem neuen A15 Prozessor und der Software, muss man einfach sagen, dass die Akkulaufzeit auf jeden Fall deutlich verbessert wurde. Bei den Kameras muss man einfach sagen, Apple lieferte einfach ein sehr, sehr starkes Gesamtpaket ab. Immer wieder, auch schon beim Vorgänger war das der Fall. Da passt einfach alles zusammen, sowohl Fotografie als auch der Videobereich wird super abgedeckt. Neue Funktionen kamen dazu, alte Funktionen wurden verbessert. Da kann man wirklich gar nicht meckern. Es gibt allerdings drei etwas kleinere Punkte, die mir nicht ganz so gut gefallen. Das sind aber Punkte, mit denen ich leben kann und wahrscheinlich auch muss. Dadurch, dass es höchstwahrscheinlich kein iPhone 14 Mini geben wird. Zum einen betrifft das die Displayränder, die leider nicht kleiner geworden sind. Aber das ist, wie gesagt, ein Punkt, mit dem ich absolut leben kann. Zum anderen geht es um das Display an sich. Wir haben erneut kein 90 oder 120 Hertz Display bekommen, was ich sehr schade finde. Das ist im Android-Bereich mittlerweile bei Smartphones, die 200 Euro kosten oder sowas möglich. Also wäre es auch hier potenziell möglich gewesen. Und der dritte Punkt betrifft den Arbeitsspeicher. Wir haben hier erneut, wie beim Vorgänger auch, nur 4 GB verbaut. Das ist schon relativ wenig. Man muss allerdings dazu sagen, dass man das gar nicht so arg im Alltag spürt. Dadurch, dass der Prozessor so stark und effizient arbeitet. Muss man sagen, auch beim Multitasking hat man wenig Probleme. Aber dennoch wäre es im Jahr 2021, Ende 2021 doch möglich gewesen, den ganzen 6 GB zu verpassen. Und der Pro-Reihe dann beispielsweise 8 GB. Also ich denke mal, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Dementsprechend ist das leider ein weiterer Punkt, den ich so ein bisschen zu bemängeln hätte. Wie gesagt, merkt man im Alltag nicht. Aber wäre möglich gewesen. Am Ende kann ich nur sagen, dass das iPhone 13 Mini nach wie vor mein Lieblingshandy ist, mein Daily Driver ist und wahrscheinlich auch bleibt, sofern kein iPhone 14 Mini kommen wird, wovon ich sehr stark ausgehe. Deshalb nochmal mein Appell an Apple. Bitte, bitte, haltet an der Mini-Reihe fest. Und an der Stelle möchte ich mich dann auch ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Konnte euch eventuell auch ein bisschen weiterhelfen, falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, ein iPhone 13 Mini zu kaufen oder eventuell auch ein iPhone 12 Mini. Dann habt ihr hier so einen kleinen Vergleich bekommen. Wenn dem so sein sollte und euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Handy ihr aktuell benutzt und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf diesem Kanal. Euer Tim Cook.